herzlich willkommen bei einer neuen folge zu mafia in der letzten folge haben wir hier ein bisschen schabernack getrieben man sieht hier noch das brennende zimmer oder hotelgang ich habe überlebt mit souveränen elf hp das können doch keiner und ich weiß gerade nicht wo wir hin müssen vermutlich müssen wir die mission hat abgeben moment mal die frage ist komm ich hier durch nein ah hier wer schießt denn da was oh mein gott was ist das denn are you fucking kidding me nein sagt nicht ich habe jetzt verkackt habe ich jetzt no way no way die schießen auf mich shit okay das ist extrem dumm scheiße okay 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 meine einzige option ist irgendwie flucht nach oben was mache ich denn jetzt kann ich irgendwie raus okay wir kommen direkt in die action ich würde gerne über die dächer türmen geht es hier komme ich rüber aber problem moment kann hier erst mal drauf oder und dann kann ich hier hoch ähm shit ich würde gerne da rüber fuck boah wie erschrocken boah scheiße okay ich muss hier laufen ohne ende kacke ja ich weiß echt nicht wo ich muss komm geh lang könnte natürlich falls das nicht klappt kann ich natürlich auch einfach warten bis die kommen und dann mache ich die einen nach dem anderen kaputt weißt du wenn die durch die tür kommen halt oh god boah ich weiß nicht oh mein gott die sind ja schon wieder alle okay also hier ich weiß absolut nicht wo ich hin muss ich habe keine ap keine ahnung ich habe keine ahnung kann ich ich glaube ich warte ich versuche die abzuknallen ich keine ahnung wie viel scheiß ich brauche aber ich komme hier gerade absolut nicht weiter ich weiß ja nicht wie die hier hoch kommen weißt du ich könnte natürlich jetzt hier durchgehen und dann hier oben einfach warten ich probiere es nochmal kurz hör sie das wird nichts ich habe zu wenig ap war das nur einer ne hör noch ein wo ist der denn wo ist der denn hey kann ich hier nicht die mut riechen die munition mit oder so Guck mal, hier ist noch immer eine Munition. Colt. Colt. Bereits aufgehoben. Aber keine Muni. So, ich hoffe, jetzt habe ich ein bisschen... Ein bisschen Ruhe hier. Ich versuche jetzt mal irgendwie hier... Hier rüber zu kommen. Ich habe keine Ahnung. Oder ich gehe einfach zurück. Pass auf, ich gehe trotzdem nochmal hier lang. Ja, die Polizei kommt auf jeden Fall weiter. Also das hat, glaube ich, wenig gebracht. Da ist auch einer. Oh, die sind ja überall. Ja, das ist shit. Boah, dieses Ziel, ne? Das ist zum Teil dort schwer. Ich glaube, ich treffe den gar nicht. Doch, jetzt. Okay, rüber. Ich will die Schroffnette nehmen. Okay, hier sieht alles gut aus. Die Frage ist... Okay, ich komme hier durch, oder? Hier lang. Hier lang. Ich habe vier HP. Oh Gott. Boah, keine Ahnung. Das ist ja unglaublich schwer. Ich habe 11 HP. Wie soll ich das denn machen? Boah, warte mal. Da muss ich mir ja kurz überlegen. Was soll ich denn machen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin fucked. Also... Ich reg mich ja öfter auf hier über die schwere Mission. Aber wenn man sich das mal anguckt, ist es einfach unmöglich. Wie kann man denn sowas designen? Ich habe keine Ahnung. Wie soll ich denn das denn schaffen? Mit 11 HP. Komm, mach die Tür auf. Ich habe keine Ahnung, wie ich das hier schaffen soll. Ganz ehrlich. Ich weiß es nicht. Oder gibt es hier irgendwie so ein... Gibt es hier irgendwie so ein... So ein Exit, wo ich irgendwie... Shit. Okay, ich mache mal kurz einen Break. Moment. Okay, ich muss hier auf jeden Fall langlaufen. Und ich muss... Ich muss hier... Laufen, wie ich es eben gemacht habe. Oh Gott. Ich habe 11 HP. Das wird... Das wird sowas von trial and error. Wird vermutlich eine Stunde für diese... Für diese Sequenz hier brauchen, bis ich es geschafft habe oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber ich meine, bis hier ist alles klar. Aber dann kommen halt die Polizisten. Von der anderen Seite auch. Come on, geht hoch. Ich bin nicht sicher, ob ich den vielleicht so kriege. Ah. Den würde ich ganz gerne so abballern. Ich bin nicht sicher, ob hinter mir... Shit. Bin nicht sicher, ob hinter mir die Polizisten auch noch kommen. Der Tod? Ja, ne? Okay. Okay. Okay, ich glaube, so kann man das schon mal machen. So kriege ich schon mal den kaputt. Jetzt kommen natürlich die beiden anderen an. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht hier... Die sind... Fässer, ne? Die brennen. Hm. Wie ist das denn, wenn ich... Okay. Also so ist schon mal gut. Das kriege ich hin. Und jetzt kommen halt noch zwei Polizisten, glaube ich, von der anderen Seite aus oder so. Oho, drei. Drei Polizisten. Drei Polizisten. Warte, geht hoch. Was? Kommen die... Kommen die hier hoch? Oder nicht? Okay, okay. Wenn die nicht hier hochkommen, habe ich ein bisschen Chancen. Okay, die sind dahinter. Der trifft da nicht rüber. Scheiße. Da, der da. Der da oben. Der da oben. Ich glaube, die... Die da unten treffen mich, glaube ich, nicht. Oh, geil. Nein. Nein, nein. Oh, nein. Ich muss kurz mal gucken. Okay, da. Alles klar. In den Rücken. Mafia-Style. So, jetzt... Boah. Problem ist, wenn jetzt nochmal irgendwelche Leute kommen, ich kriege es nicht hin, weil... Erstmal Munition. Colt. Ich lade direkt nach. Scheiße. Wo war der andere? Wo denn? Ich glaube, die sind auf dem Dach. Kann das sein? Okay. Ich glaube, die sind auf dem Dach. Ah, da oben. Okay. Ich muss wenigstens mal sehen, wo der ist. Ich muss da suchen, gleich untersuchen. Oh mein Gott, ich muss da... Hier bist du. Okay. Ich muss da drauf. So, folgendes. Überlege gerade, wie ich den am besten kriege. Der darf mich halt nicht sehen. Da hat noch einer. Oh, das sind zwei Stück. Das sind zwei Stück. Oh, come on. Das kann doch nicht dein Ernst sein, Alter. Ey, hier liegen überall diese... Colt... Ja, ich brauche Munition, ey. Okay. Ich überlege gerade, wie ich den am besten mache. Ich muss hier hoch, aber die... Ich, äh... Keine Ahnung. Das ist... Alter, das ist krass, die Mission hier. Boah. Was ist denn Schaffen, ey? Kann ich gar nicht glauben, was ich hierfür... Hierfür so lange brauche. Das ist unglaublich. Shit. Okay. Da habe ich sie beide. Oh Gott. Ich kann doch nicht... Ich könnte so ein bisschen nicht so in Deckung gehen und gucken, ob es dann besser ist. Okay, der ist tot. Ähm... Der andere ist da. Boah, das war ein Headshot, oder? Nee. Jetzt aber, oder? Boah. Ich gucke, ob ich irgendwie noch Munition abgasen kann. Ich hoffe. Ich hoffe. Ich hoffe wirklich. Das war's. Hier. Ja, davon habe ich viel Muni, das nehme ich ja mit. US-Armee-Gewehr. US-Armee-Gewehr. Okay. Ich glaube, die ist gut für Range. Die Frage ist... Wo muss ich lang? Ich dachte, ich müsste hier lang. Hier muss ich gar nicht lang. Ähm... Hier lang vielleicht? Also, ich nehme mal an, ja, oder? Weil... Ja. Keine Ahnung, ob ich hoch muss oder so? Moment mal kurz. Okay, bin ich hier. Ich muss so kurz das machen. Ähm... So. Frage. Hier sind die Polizisten. Ich schnappe mir mal kurz die Muni von denen. Wenn die irgendwas haben. Die haben gar nichts. Was? Okay. So. Ich glaube, ich muss da rauf, oder? Moment. Ich will nicht hier irgendwie verkacken. Hier ran. Okay. Weißt du, wenn er wenigstens hier zwischenspeichern würde. Ich meine, so nach so einer Cutscene ist ja alles in Ordnung. Aber wenn ich jetzt verkacke, muss ich wieder von ganz von vorne. Puh, ärgerlich. Okay, das ist mein Fluchtauto. Da muss ich hin. Okay. Frage. Was kommt jetzt, wenn ich hier reingehe? Okay. 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 Geschafft. So, jetzt sind wir auf dem anderen Dach hier. Boah, ich glaube, der hat gespeichert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, ich glaube gar nicht. Okay. Der Priester. Ja. Äh. Was ist mit dem Eimer hier? Könnte ich den runterschmeißen? Schade. Okay. Ich habe immer noch mein Gewehr. Ich weiß nicht, wie gut das ist. Und ich habe auch echt keine Ahnung, was mich hier erwartet. Ich hätte echt ganz gerne so ein paar Pillen oder so. Ah, geil. Oh, ja. Es gibt doch einen Gott. 100 Leben. Nice. Okay. Jetzt geht es weiter. Ich will hier nicht irgendjemanden in die Arme laufen. Okay. Und er wurde von uns unerwartet. Der Herr ist seine Flauze mit öffnen Armen. Und die wie Billy sind in der Heiligen Raum. Billy war ein guter Freund, Bruder und Freund. Wir werden alle erinnern ihn in der Licht. Und wir werden für seine Heilung. Denn er hat so gut gemacht. Und jetzt, Billy's Freund, der mit ihm in den letzten Momenten von seinem Leben auf der Erde, möchte ich ein paar Worte sagen. Komm, mein Freund. Danke, Vater. Ist das der im Auto? Oh, nein. Nein, ich wollte mir meine Respekt zu Bill heute bezahlen. Und zu erzählen, dass ich ihn als mein eigener Bruder verzeichne. Und dass seine Todesmacht eine große Verlust für mich. Huh? Was? Ich war der Präsident und seine Todesmacht. Wie? Fuck. Das ist derjenige! Fuck! Oh, nein. Das ist der Mann, der zu töten Billy! Komm, komm! Oh, mein Gott. Komm, komm! So, du bist in der Hölle. Geh, komm, Vater. Oh, Gott. Oh, Gott. What? Okay. Das Gewehr ist gut. Das Gewehr ist gut. Da ist einer. Einen habe ich noch. Die Frage ist... Lebt er noch? Egal. Ähm... Okay, da. Äh... Okay, äh, ich nehm mal kurz mein Colt, weil der schnell schießen kann. Da hinten ist auch noch einer. Okay. Da hinten an der Säule ist einer, aber der ist so weit weg, da oben ist auch noch einer. Ich glaub, zwei sind hier noch. Oh Gott. Ich seh den da hinten nicht. Ich glaub, das ist grad auf der anderen Seite. Wenn der gleich wieder rüberkommt, kann ich den ein bisschen... ...den hier. Ich glaub, der, der... ...den muss ich nicht töten, der steht da nur drumrum. Der steht einfach nur rum mit nem Kreuzfeuer. Ich hab den zweimal erwischt, glaub ich. Ja, ich töte die schon nicht. Shit. Gutes, ich hab hier viel Muni. Alter, ist der mal tot? Ich will nicht wieder rausstürmen und dann hab ich keine... ...keine Leben mehr oder so. Was? Was war das denn? Deine Ecke, ne? Wer ballert denn da mit nem Tommy-Gun rum, ey? Shit. Also hier waren doch noch mehr, als ich gedacht habe. Der Typ da hinten, ne? Alter, das war ein Kopftreffer, du... ...Arschloch. Please, lass mich leben. Hehe. Oh, okay. Der Typ macht nichts. Der Typ macht nichts. Don't kill me. Don't do it. Shit. No, shit. Please, lass mich leben. You won't get out of line. Shit. Oh, mein Gott. Komm doch, Muni! Oh, Gott. Das Game. Habe ich noch nen Abgesick-Geschrumpfhinte? Einen nur noch. Da oben ballert der mit der Tommy-Gun rum. Ich muss, äh, dafür sorgen, dass er nachlädt. Boah, kacke. Ich glaube, ich glaube, es ist nur noch der... ...der da oben mit der Tommy-Gun. Nein! Boah, wie komme ich denn da hin? Da auch noch einer? Oh, come on! Das ist doch nicht im Ernst! Leave me alone. Please. Oh, mercy. Don't kill me. No, please. Spare me. Leave me alone. Please. Don't do it. I have to fight. Please let me live. Boah. Boah. Ich muss da raus, ne? Der Typ. Wo ist der genau? Da, okay. Hier kann der mir ja nichts, ne? Besuch einfach... Ich kann nicht rauslaufen. Shit. Muss ich den töten? Nein. Bitte, habe Merse. Nicht töten. Please, lass mich leben. Oh, Gott. Ich frage mich, wo ich raus muss. Wo muss die denn raus? Ich dachte, hier müsste ich raus. Boah, was für ein Geballer hier. Achso, das sind die hier. Ich schätze mal, ich muss den noch kaputt hauen. Wo ist denn der genau? Der ist gerade irgendwie nicht mehr da, oder? Da. Da. Ja, das war nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Alter. Wie viel die aushalten? Guck dir mal an. Zwei Magazine. Ich habe noch nichts gemacht. Ich weiß nicht, Herr. Yes, the Lord works in mysterious ways. But what about you? You can look yourself in the face. Your hands are stained with blood that you'll never wash off. I know that, Father. Look around you. Such a waste. We'll have to consecrate the church again. Everything is shot up. I can't let my parishioners in here. What am I going to do? Maybe this'll help? Of course he takes it. Pray for my soul, Father. I'll need it. I will, my son. I certainly will. By the way, Father. Your little speech about Billy. I'm wondering about your conscience. Billy wasn't such a good person, and he didn't do good when he was alive. Boah, ey. Du musst dir das mal geben. Wir gehen in ein Hotel rein. Schießen da alles nieder. Wir sind ein Mann, okay? Wir gehen in ein Hotel rein. Müssen da eine Person niederschießen. Alle Security-Leute im Hotel schießen auf uns, okay? Wir springen aus einem brennenden Hotel. Müssen uns gegen 20 Polizisten zuwehr setzen. Und dann noch gegen 20 Gangster mit Schrotflinden, mit Gewehren, mit Knarren, mit Tommy-Guns. Alter! Boah, ey. Und wir haben irgendwie nur zweimal so'n Medikit oder so'n Dingsbums da halt bekommen. Boah, das ist schon echt krass. Also... Das ist schon echt hart. Joa. Jetzt hoffe ich, äh... Läuft alles smooth und wir können, äh... Zumindest hat er jetzt wieder gespeichert hier. Und ich glaub' der Ladebalken, ähm... Der Ladescreen geht einmalig, dauert der sehr lange. Wenn wir, ähm... Das Game, ähm, halt zum ersten Mal wieder starten. Beziehungsweise wenn wir zum ersten Mal in die offene Welt wieder rausgehen. Dann lädt der quasi alles einmal. Und deswegen dauert das so lang. Danach ist das halt nicht mehr so. Naja, ich werd' den mal rausschneiden. Also, bis gleich. So. 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 Äh... Wanted. Oh shit. So. Oh shit. Okay Zu Salieris, alles klar Scheiße auf Geschwindigkeitsbegrenzung Wir gehen hier Vollspeed Okay Nein, 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 nein Boah, die Musik ist gerade mega Boah, ich bin ja richtig, richtig Hyped, ey Ah, shit Geschwindigkeitsüberschreitung Willst du mich verarschen? Jetzt kommt er wieder nicht über die Brücke hoch Moment, ja, okay Ich fahre durch den Tunnel Moment, hier müssen wir gleich Rechts, ja Oh, nein Ich hätte es wissen müssen Shit Fah, 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 fah Ja, ja, halt die Klappe Okay Ich meine Gleich sind wir ja Fuck, bei, äh, Salieri Das heißt, da müsste eigentlich alles klar gehen Äh Oh Gott Wanted Ach krass, der, der Regler geht zurück Ne, hä Ah, okay Wenn ich mich längere Zeit nicht, nicht bemerke Ich hätte also irgendwo warten können in der Gasse Und dann hätte ich ganz normal fahren können Mit der Geschwindigkeitsbegrenzung und alles Okay Heißt das, ich kann jetzt gar nichts zu Salieris Ups Scheiße, komm on Boah, fah Hier müsste ich aber safe sein, oder? Denn hier kommen wir doch nicht hin Komm, steck aus Achso, die suchen jetzt nach mir, okay Kann ich jetzt trotzdem hier einfach reingehen und hab die Mission fertig Neue Autos wurden, okay